Hallo und herzlich willkommen beim E-Learning Support des NLQ. Dieses Video soll Sie bei der Einwahl in einen Adobe Connect Raum mit Windows unterstützen. Alles, was Sie für den Start benötigen, ist eine Einladungs-Mail aus dem VM und, sollten Sie die Desktop-App noch nicht installiert haben, die Schnellstart-Anleitung im PDF-Format. Los geht's! In der Einladungs-Mail aus dem VM finden Sie den Link zum Veranstaltungsraum in Adobe Connect. Außerdem erhalten Sie bei erstmaliger Teilnahme eine separate Mail mit Ihrem Nutzernamen und Ihrem Kennwort. Da die Desktop-App einen erweiterten Funktionsumfang hat und erfahrungsgemäß stabiler läuft, bitten wir Sie, sich die Anwendung herunterzuladen. Den Download-Link finden Sie in der Schnellstart-Anleitung oder im Hilfebereich auf adobe.com. Mit Klick auf den hier angefügten Link startet der Download automatisch. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie die Desktop-App von Adobe Connect starten. Im Startbildschirm der Anwendung können Sie nun den Einladungs-Link aus der Mail einfügen. Nachdem sich das Programm mit den Servern des NLQ verbunden hat, geben Sie bitte Ihre Nutzerdaten samt Kennwort ein, um den digitalen Raum zu betreten. In der oberen Leiste sehen Sie die Option, die das Veranstaltungsteam für Sie freigeschaltet hat. In unserem Fall ist es erlaubt, sich per Kamera und Mikrofon zuzuschalten. Womöglich müssen Sie dies in den Systemeinstellungen freigeben. Im Normalfall reicht es aber aus, im Programm auf das entsprechende Symbol zu klicken. Über den kleinen Pfeil neben dem Symbol gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen und können dort Ihr verbundenes Gerät ansteuern. Nach Auswahl der Kamera müssen Sie den Zugriff im Vorschaubild auf der rechten Seite noch final freigeben. Nun sind Sie im digitalen Raum sichtbar. Über das Aktionsmenü mit der Hand können Sie sich melden oder einen Status setzen und in den Raumeinstellungen können Sie für sich selbst Ihre Lautsprecher und Ihr Mikrofon testen, ohne die anderen Teilnehmenden zu unterbrechen. Das war die Einwahl in Adobe Connect. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Veranstaltung.